Wie, Multiplayer, du wirst! Ja, was ist da? Ah, okay, okay. Nicht schon so lange her! ARDRECKEN! Der Pilot! Na, dann gucken wir jetzt den Icon auch wieder beim Ding, als gleich beim Silberschloss. Silberschloss? Wie sieht der Ex-Namen auf der Xbox One her? Die kackten wieder so, hey. So, was machen wir denn? Ja, passt schon, oder? Einfach mal starten. Nimm einfach das! Wir werden starten! Wir sind Profis und wir können alle! Wie, wo geht man da jetzt mal? Ja, wir sind die Profis! Wann ist das alles? Da haben wir das erste und letzte Mal gespielt! Na, ich hab schon gedacht. Da haben wir das letzte Mal gespielt. Ja, oder? Hey! Hey! Wieso fährst du schon? Das ist unfair! Oh, nein! Uuuuh! Fuck! Ey, du hast so voll drauf! Ich muss erst wieder reinkommen! Sackratte! Bleiben wir mal stehen! Silberschloss hat es drauf! Ja! Vollgas! Und wer ist jetzt vorn? Nein! Jawoll! Dammit! Jawoll! Komm schon! Komm schon! Wuhuuu! 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 Okay, ich schau' ja mal die Batterien sind doch schon aus! Das wird nicht lang dauern, dann geht er wieder aus! Dammit! Hast du die zweite Batterien aus? Ja, bei mir sind 3 Stich! 3 Stich? Ja! Okay! Bist du draufgekommen? Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, ach so! Dann ohne! Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo wir Gas genommen! Auf A oder auf R? Ja! Wer bin denn ich? Ah, ich bin geil! Ah, fuck! Nein! Scheiße! Willst du da noch was abzugen, wenn du hinter mir erscheinst? Ja! Es ist nur so wie, ich werde halt am Ende als erstes ins Ziel kommen und dann wird noch gezeigt, wer halt mehr Fails gehabt hat! Achso, jetzt! Verdammt! Nein! 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 Jawoll! Ich war so gut drauf und zum letzten! Wir haben beide Minus 4, da war die Bilder, oder? Da waren! 15 zu 4! Da ist noch alles! Wir sind immer so weit vorne und dann habe ich so viele Befehlungen! Ich habe gerade so einen Katzen! Aber jetzt läuft es ganz gut! Ja sowieso, ich bin aber eh gut! Aber es wechselt immer von der Sache! Ja, eben, da habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht! Was ist denn jetzt los? Ja, da ist es! Ja! Ja! Das ist von gleichgewickelt, das soll ich doch nicht sagen! Ja! 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 Das muss ich nicht mehr sagen! Nein! 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 Ja! Das ist ein 4 Punkte-Untertitel. Aber man kann es immer noch schaffen, weil wenn ich jetzt vorliere, oder? Und du, also voll Gas vor Kack, aber gut das wäre eh... Ich kenn' eh die denn in Frage. Jetzt bin ich wieder hinten. Verkackt. Ja, da haben wir, ey. Ey, das ist ein bisschen weiter vorne, dass ich... Ah. Komm schon! Nein, 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 nein! Nein! Scheiße! Fuck! Komm schon! Die soll ins Fuck gehen! Nein! 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Fuck! Komm schon, die müssen aber Fuck gehen, mindestens! Nein! Scheiße! Nein! Aber das kann knapp werden, glaube ich. Ja, ja. Minus 1, äh, minus 5 Funke Unterschied jetzt. Ja, ja, das klappt ganz knapp für mich! Ja, Mann! Ja, Mann! Wir haben doch auch keine. 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 Nein, wir haben nur zwei. Das ist ja schlecht. Wir haben fünf auf sechs. Oh, scheiße! Geil! Du Idiot! Okay, das war jetzt richtig gut. So, abwechseln, ja? Komm! Nein! Du gewinnst diesmal eh schon wieder! Na, die Fakten sind sie ja nicht rein, ey! Das ist ein bisschen zu gut, Mann! Komm schon! Jawohl, gib Gas! Jawohl! Das ist jetzt wieder ernst, ernst. Aber ich muss mindestens mit Anfang vom Vorsprung gehen. Na, jawohl! Jetzt haben wir wieder genau gleich, glaube ich! Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen gestein, ein bisschen gestein. Das ist eins! Oh, yeah! Das ist ein bisschen gestein! Koch, wir haben Koch drin, ne? Aber rennen ist's noch, hä. Da ist noch alles drin und einfach. Shit, jetzt musst du richtig verkacken! Nein, oder du, hä? Oh, da mach ich mir eh, keine Sorge! Ja, wahrscheinlich geht der Controller gleich wieder aus, dann regst du dich wieder früh auf! Komm schon, so weit alles gut, so weit alles super, so weit alles scheiße! Jawoll! Bleib! Komm, komm! Nein, nicht da aufhine! Okay. Jawoll! Was soll denn scheiße? Jawoll, Mann! Ja! Was soll denn scheiße? Jawoll! Was soll denn scheiße? Boah! Dieser Geiz! Aha! 4 Punkte Unterschied! Tja, ist einfach klar wer der Besser ist. So fette Schwarte! Ähm, hat der Rennung hinziefungen? Nein, da war irgendwas mit Zufall, oder? Nimm mal! Nächstes Zufallprinzip! Nein, nimm mal das ganz Schwache, die Ivo so hochzieht da. Wie hört man die Marken? Ach, so ein Motorrad. Ja, T. Aber machen wir erst den Zufall, oder? Der ist da. Ja, aber nimm mal das ganz Schwache! Ja, T. Achso, jetzt heu ist jetzt schon. Na, wo sehe ich denn das? Ja, du hast das! Achso, nach oben! Hälzer! Ah! Das ist ungefähr die Schlechste! Oder? Nein, das ist das. Das ist das selbe! Das ist genau das selbe von Feuer, oder? Oh nein, das ist die Gache! Hälzer, hört sich anders aus! Das ist die Gache! Die ganze Gache, Mann! Ja, die Gleichte! Oh, die geht schon gut, oder? Ja, das ist die Gleichte, oder? Das ist die Gleichte, oder? Huuuui! Wofür ist du jetzt? Ich hab die ganze Zeit auf dem Gelben geschaut! Ich hab die ganze Zeit auf dem Gelben geschaut! Scheiße, Mann! Ich hab die ganze Zeit auf dem Gelben geschaut! Ich hab die ganze Zeit auf dem Gelben geschaut! Ich bin einfach früh! Nein, nein, nein! Dann verkannt man beide! Fuck! Nein! Aber du hast Minus 4! Aber ich glaub das jetzt genau genau! Ja, das, dass ich 1. bin, habe ich schon einen Punkten! Ja! Ja! Hätte ich einen Punkten! Also, ja, zählt's mal als 100! Aber das muss auch nur das 4-Render und jetzt fixen! So wurscht? Ja! Aber ich bin eh früh eh ein Erster! Hey! Das muss ja auf dem Hintern schauen! Ähm! Ich bin halt früh, früh stylisch unterwegs! Du machst halt kein Backflip, gar gar nichts! Verdammt! Was seh ich? Nein! 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 Jawoll! Noch! Soweit alles gut! Ja! 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 Scheiße! Jetzt haben wir aber schon 2 Punkte in so einem Unterschied! Ja! Immer noch genauso, oder? Ja! Gleich! Oh, ich hab das jetzt auch gezeigt! Wurscht! Hab's doch gleich! Ja! Aber im Endeffekt zählt dann einfach nur die Zeit! Ja! Wenn ich so viel langsam war! Wenn wir also schon wieder abzählen! C-Fix, Mann! Jawoll! Nein! Jawoll! Haben schon geplast! Und dann wieder einen Punkt verliert! Jawoll! Scheiße! Nein! Nein! Komm schon! Naja! Genau! Es ist jetzt gleich wieder gleich, oder? Mhm! Das letzte Rennen! Shit! Es ist noch alles drin! Kostner total versorgt! Das letzte Rennen! Ja! Wie ist es bei den Löwobullanderfauern? Glückwunsch! Komm schon, die muss noch mal zwingen! Wie das definitiv nicht wahr sei! Nein, gib Gas! Nein, Sack, gib Gas! Nein, Sack, gib nicht Gas! Jawoll! Nein! Nein! Scheiße! Jawoll! Aber ist gut noch. Ja, genau! Ja, genau! Nein! Ich weiß, er kommt auch in die Wicke! Doch, in deinem Wirt! Doch, piss dich! Ja, geil! Machen wir mal ganz kurz eine Pause und schauen uns den ganzen Sch...